Als Drei-Phasen-Wechselstrom, nach Bezug auch als Drei-Phasen-Wechsel-Spannung, Kraftstrom, Baustrom, Starkstrom oder kurz als Drehstrom bezeichnet, wird in der Elektrotechnik eine Form von Mehrphasen-Wechselstrom benannt, die aus drei einzelnen Wechselströmen oder Wechselspannungen gleicher Frequenz besteht, die zueinander in ihren Phasenwinkeln fest um 120 Grad verschoben sind. Anwendung findet das Drei-Phasen-System vor allem im Bereich der elektrischen Energietechnik für Transport und Verteilung von elektrischer Energie in Stromnetzen. Beispiele dafür sind die überregionalen Drehstrom-Hochspannungsübertragungsnetze, Niederspannungsnetze im Bereich der lokalen Stromversorgung oder Drehstrommaschinen, die als Antrieb von Aufzügen oder in elektrisch angetriebenen Fahrzeugen eingesetzt werden. Gegenüber einem einzelnen einphasigen Wechselstromsystem halbiert sich bei einem symmetrischen Drei-Phasen-System der Materialaufwand für elektrische Leitungen einer gleich großen elektrischen Leistung. Weiterhin lassen sich Drei-Phasen-Wechselstrom-Transformatoren mit geringerem Kernquerschnitt als gleiche Leistungsstärke einphasige Transformatoren herstellen. Der Einsatz des Drei-Phasen-Systems ist ab einigen Kilowatt wirtschaftlich sinnvoll und begründet die Bedeutung im Bereich der elektrischen Energietechnik. Energieübertragung Zur Energieübertragung in Stromnetzen werden aufgrund der Materialeinsparung fast ausschließlich Drei-Phasen-Systeme im Rahmen der Drehstrom-Hochspannungsübertragung verwendet. Ausnahmen stellen in einigen Ländern Bahnstromnetze dar, die historisch bedingt als Einphasen-Netze aufgebaut sind. Und für Verbindung zwischen zwei Punkten unter speziellen Bedingungen hochspannungsgleich Stromübertragung. Drehstrom kann in Stromnetzen durch Leistungstransformatoren üblicherweise als Drei-Phasen-Transformatoren in Umspannwerken ausgeführt. Zwischen den verschiedenen Spannungsebenen technisch einfach und mit hohem Wirkungsgrad von über 99% transformiert werden. Im Prinzip könnten in Drei-Phasen-Systemen auch drei separate Einphasen-Transformatoren nebeneinander verwendet werden, für jeden Außenleiter einen. Dies wird in Grenzfällen, beispielsweise bei großen Schieflasten oder um Transportprobleme zu reduzieren, angewandt. Einen geringeren Materialeinsatz verursacht es. Wenn stattdessen ein Drei- und Phasenwechsel-Stromtransformator mit drei- oder fünf-schenkligem Eisenkern eingesetzt wird. Durch die Verkettung der magnetischen Flüsse der drei Sternströme lässt sich Eisen im Kern einsparen. Ferner hat ein Drehstromtransformator geringere Eisenverluste als drei Einphasen-Transformatoren mit gleicher Gesamtleistung. Da die Verluste mit der Eisenkernmasse linear ansteigen. Eine spezielle Schaltung von zwei Transformatoren, die Scott-Schaltung, erlaubt es. Drei-Phasen-Systeme in zwei-Phasen-Systeme oder auch vier-Phasen-Systeme bei möglichst symmetrischer Belastung des Drei-Phasen-Systems umzuwandeln. Im Gegensatz zu Gleichstromnetzen können Wechselspannungsnetze und somit auch drei-Phasen-Systeme als vermaschte Netze oder als Verbundnetz betrieben werden. Wo mehrere Stromerzeuger an verschiedenen Punkten des Netzes Energie einspeisen und an unterschiedlichen Punkten elektrische Energie für die Verbraucher entnommen wird. Alle Erzeuger müssen dabei synchron arbeiten. Die Steuerung der Leistungsflüsse zur Vermeidung von Überlastungen einzelner Leitungen erfolgt in vermaschten Netzen über die Einstellung der Knotenspannungen und die Beeinflussung der Blindleistung über die Phasenlage. Dazu bestehen in den Leistungstransformatoren Stufenschalter für die Spannungssteuerung. Für die Blindleistungsflüsse sogenannte Phasenschiebertransformatoren oder Synchrongeneratoren, die als Phasenschieber arbeiten und spulen bzw. Kondensatorbatterien zur Blindleistungskompensation. Seit Ende der 1990er Jahre kommt zur Leistungsflussbeeinflussung auch Leistungselektronik im Rahmen der flexible AC-Transmission-Systems zur Anwendung. Bei Gleichspannungsnetzen wie HGU fehlt die Möglichkeit, über eine Phasenverschiebung wie bei Drehstrom die Leistungsflüsse in einem Verbundnetz zu steuern. Deshalb kann hohe Gleichspannung derzeit nur für direkte Punkt-zu-Punkt-Verbindungen benutzt werden. Der Vorteil von hoher Gleichspannung zur Energieübertragung besteht darin, dass die kapazitiven Ladeleistungen bei langen Leitungen oder Erdkabeln keine Rolle spielen. Deshalb werden HGU-Punkt-Verbindungen vor allem bei Freileitungslängen über 750 km und bei C-Kabeln von einigen 10 km bis zu einigen 100 km Kabellänge eingesetzt. Drehfeld Der Drei-Phasen-Wechselstrom bietet eine einfache Möglichkeit, ein gleichmäßiges Drehfeld zu erzeugen. Dieses Drehfeld wird im Rahmen von Drehstrommaschinen für Antriebe oder zur Gewinnung elektrischer Energie genutzt. Drehstrommaschinen unterteilen sich in die Synchronmaschinen, bei denen der Rotor mit der gleichen Drehzahl wie das Stator-Drehfeld rotiert, und die Asynchronmaschinen, bei denen der Rotor eine vom Stator-Drehfeld verschiedene Drehzahl aufweist. Die in Prozent angegebene Differenz zwischen den Drehzahlen des Rotors und des Stator-Drehfelds wird als Schlupf bezeichnet. Visualisierung des Drehfeldes in einer Drehstrom-Synchronmaschine Punkt. Durch Vertauschen zweier beliebiger Außenleiter kann die Richtung des Drehfeldes im Drei-Phasen-System umgekehrt werden, was zur Richtungsumkehr von Drehstrommotoren bei der Wendeschützschaltung ausgenutzt wird. Zur Messung der Richtung des Drehfeldes dient das Drehfeldmessgerät. In elektrischen Energienetzen ist das Drehfeld als rechtsdrehend festgelegt. Asynchronmaschinen mit Kurzschlussläufern sind einfach aufgebaut, robust, betriebssicher, wartungsfrei und wirtschaftlich. Sie besitzen keinen Kommutator, der sich abnutzen kann und Funkstörungen hervorruft, und arbeiten zuverlässiger als einphasige Wechselstrommotoren. Bei elektrischen Maschinen werden die Außenleiter statt mit L1, L2 und L3 im deutschsprachigen Raum mit den Buchstaben U, V und W gegebenenfalls um einen Index erweitert bezeichnet. Im englischsprachigen Raum sind die Bezeichnungen A, B und C üblich. Bei bürstenlosen Gleichstrommotoren wird durch elektronische Schaltungen, die sogenannten Umrichter, aus der Gleichspannungsversorgung ein Drehstrom mit Drehfeld erzeugt. Zum Starten von großen Drehstrommotoren werden Schaltungen wie die Stern-3-Eck-Schaltung, Anlasstransformator, Sanftanlaufgerät oder elektronische Wechselrichter verwendet. Geschichte Die erstmalige Erwähnung von mehrphasigem Wechselstrom ist mit mehreren Namen verbunden. Der Italiener Galileo Ferraris untersuchte 1885 mehrphasige Wechselströme. Aus den Versuchsergebnissen definierte er das Drehfeldprinzip. Nikola Tesla befasste sich seit 1882 mit der Thematik von mehrphasen Wechselströmen und konstruierte 1887 einen Zweiphasen-Wechselstrommotor, der das Drehstromnetz in Amerika einführen sollte. Die fast zeitgleichen Entwicklungen von Galileo Ferraris und Nikola Tesla waren durch diverse Patente geschützt. Es kam dabei auch zu rechtlichen Auseinandersetzungen. Unabhängig patentierte Charles Schenk-Pradley in den Jahren 1887 und 1888 Ideen zu verschiedenen Mehrphasensystemen, konnte seine Ideen aber nur unzureichend praktisch umsetzen. Der erste Drei-Phasen-Generator wurde 1887 von dem deutschen Erfinder Friedrich August Taselwander gebaut. Ein Patentantrag im gleichen Jahr wurde zunächst abgelehnt, dann aber 1889 anerkannt. Jedoch wurde von großen Elektrounternehmen, die die Bedeutung der Erfindung erkannten, Einspruch gegen die Patenterteilung eingelegt und der Streitwert für einen Rechtsstreit auf 30 Millionen Mark veranschlagt, den Haselwander für sich nicht riskieren konnte. Haselwander war als Oberingenieur bei Wilhelm Lahmeyer und Empko in Frankfurt am Main tätig und übertrug der Firma sein Patent. Als 1892 die AEG Lahmeyer übernahm, verlor Haselwander damit seine Patentrechte. Bei der AEG in Deutschland arbeitete unabhängig von diesen Ereignissen 1888 Michael Ossipowitsch Stolivo Dobrowolski mit drei Phasen Wechselstrom und führte dafür den Begriff Drehstrom ein. Der zugehörige von ihm erfundene Asynchronmotor wurde Anfang 1889 erstmals von AEG ausgeliefert. Die ersten Maschinen leisteten zwei bis drei PS. Ein zur gleichen Zeit gebauter Motor von Haselwander konnte sich nicht durchsetzen, weil man dessen Patente wieder aberkannte und zudem die Verwendung untersagte, weil eine Störung der Telegrafenleitungen befürchtet wurde. Die erste Energieübertragung mit hochtransformierten Drei-Phasen-Wechselstrom erfolgte 1891 in Deutschland bei der Drehstromübertragung. Laufen Frankfurt im Rahmen der Internationalen Elektrotechnischen Ausstellung 1891 in Frankfurt am Main. Die Versuchsstrecke lag zwischen dem Zementwerk in Laufen am Neckar und der Ausstellung in Frankfurt am Main. Eine Entfernung von 175 Kilometer mit einer Spannung von 15 Kilowolt und einer übertragenen Leistung von etwa 173 Kilowatt. Die Anlage war von Dolivo Dobrowolski konstruiert worden. Unter der Leitung von Ernst Danielsen, Chefkonstrukteur bei der Almena Svenska Elektrischka Aktiborlaget in Westeros wurde zwei Jahre nach dem Versuch in Deutschland in Schweden die erste kommerzielle Anwendung durchgeführt. Und zwar zwischen dem See Helsjön und dem 12 Kilometer entfernten Bergbaugebiet Grängesberg in Bergslagen, Dallana. Die Spannung betrug dort 9,5 Kilowolt und die übertragene Leistung nahezu 220 Kilowatt. Zuvor war das Gebiet mechanisch mittels Kunstgestänge mit Arbeitsenergie versorgt worden. In dem 1898 an der deutsch-schweizerischen Grenze im Rhein in Betrieb gegangenen alten Wasserkraftwerk von Rheinfelden wurde weltweit erstmals im großtechnischen Maßstab Drei-Phasen-Wechselstrom mit einer Frequenz von 50 Hertz erzeugt. Diese Frequenz ist heute in vielen Ländern die Netzfrequenz. Die Budapester Maschinenfabrik Gans und M. Ab Chilis unter dem Chefkonstrukteur Karl Mankando 1899 eine 1,5 Kilometer lange Versuchseisenbahnstrecke auf der Althofener Donauinsel sowie 1900 die Werksbahn der Munitionsfabrik Wöllersdorf bei Wiener Neustadt für den Betrieb mit 3 Kilowolt anlegen. Ab 1899 erforschte die Studiengesellschaft für elektrische Schnellbahnen den elektrischen Bahnbetrieb bei hoher Geschwindigkeit. Dazu wurde die Militärreisenbahn bei Berlin für den Drehstrombetrieb mit einer Drei-Polygen-Oberleitung versehen. Auf dem Höhepunkt der Versuche erreichte 1904 ein Drehstrom-Triebwagen der AEG die damalige Rekordgeschwindigkeit von 210 Kilometern. Die Eisenbahngesellschaft Räte Atriatica eröffnete 1902 die Feldlinnbahn als erste mit Hochspannung elektrifizierte Hauptbahnlinie der Welt. Dafür lieferte ebenfalls GANS und MG die Versorgung mit 3 Kilowolt und 15,6 Hertz sowie die zugehörigen Lokomotiven. Dieses Trifase-System wurde später auf ganz Norditalien ausgeweitet und bestand unter der Ferovi dello Stato bis 1976. Der Drehstromantrieb konnte sich bei Bahnen in den Folgejahrzehnten erst dann durchsetzen, als die Leistungselektronik in Form von Frequenzumrichtern es ermöglichte, im Fahrzeug Drehstrom variabler Frequenz aus dem einphasigen Bahnstrom zu erzeugen.